Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit! Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Okay, also... Ach so, okay, so. Nummer 1. Ah, er ist genauso beweglich wie... ...sein Vorfahre. Äh, wo springen wir jetzt? Na, 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 na. Oder war das hier eine Ecke zum... Nee. Nicht jetzt. Oh, 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 nein, nein. Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezio's Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich mein, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich hab seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Ein Pferd. Falls ihr es nicht gesehen habt. Also er hat Haluzis. Also jetzt müssten wir eigentlich alle haben. Haben wir alle? Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruhe dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Interessant. So. Jetzt sollen wir schlafen, oder was? Also ich gehe erstmal nach oben. Es hat, glaube ich, auch seine Nachteile, beweglich zu sein. Man springt plötzlich überall gegen. Templer. Okay, die dauert ein wenig länger, so wie es aussieht. Da ist das Pferd wieder. Zwei Pferde. Drei. Pferdchen. Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist... Acon. Und alter ihr? Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein. Und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschmissen. Das muss ein Ziel sein. Ach so, muss ich da jetzt hinterher? Scheint wohl so... hinterher. Ja, wir sind jetzt wieder in Desmond. Unsere Haluzis haben uns eingefangen. Unsere Halus, wie man sie auch nennt. Halus, Haluzis. Ja gut, wenn ihr das euren Freunden erzählt, ihr habt Halus, dann denken die auch, was... was wollt ihr eigentlich, ne? Aber ich kenne den Ausdruck Halus für Haluzis. So, ich bin schneller, aber ich darf sie nicht... oder kann sie irgendwie nicht anditschen. Weil sie hier so lang laufen soll. So, da kann ich auch nicht hinterher. Und jetzt muss ich hier hochkraxeln. So, und hier habe ich mich immer so schwer getan. Fragt mich nicht warum. Weil ich... Ich weiß nicht, ich wollte immer höher kommen, weil die ganzen Turmen gezeigt haben. Ich bin dann immer hier. So. Dann wollte ich hier also rauf, hab versucht irgendwie an dieses komische Ding zu kommen. Also an den den da, dann bin ich so so rüber. Ach, das geht sogar. Mist. Also ich hab's irgendwie immer nicht geschafft, wo ich das für mich gespielt hab. So, jetzt sind wir hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss. Aber ich glaube irgendwie schon. So, wo muss ich hin? Da muss ich weinen. Da geht's weiter hoch. Oh, wir haben Vollmond. Und welche Stadt sind wir in welcher? Hey, die Frau aus Akon. Wie hieß sie noch gleich? Maria. Ja. Was er wohl von der will? Wow. Okay. Das überrascht mich. So. Okay. Da sind wir wieder. Moment mal. Warum folge ich nicht, alter ihr? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Schatze. Das bedeutet was für ein abgefahrener Traum. Hi. Maria. Hi Pferd. Na? Pferd Nummer zwei. Das war doch Maria, ne? Oder Katharina? Ne, Katharina war die Frau, die wir gerettet haben. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung. Lange Nacht. Was für ein Profi. Was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Na gut. Ich schätze mal ab zum Animus oder kann ich noch mit denen reden? Mal gucken. Kann ich wohl. Hey. Äh, hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch zwei Teams verloren. Noch acht von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher. Ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden? Was ist dann? Wenn das passiert. Wenn es passiert. Erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Gut. Ähm, den... Da hinten, den blöden. Fragen wir auch nochmal, ob er noch irgendwelche blöden Sprüche für uns drauf hat. Ah ne, von uns will er nichts. Schlagen können wir ihn auch nicht. Denn fragen wir sie nochmal, ob wir in den Animus gehen dürfen. Dürfen wir? Dürfen wir? Dürfen wir? Dann dürfen wir es wohl. Wenn sie nichts sagt, dann rein da. Glyphen. Entschlüsselte Videosegmente und aktive Glyphendaten werden im... Ah. Sicker-Effekt. Ich wollte gerade... Im ersten Moment hatte ich Sticker-Effekt gelesen, aber dann hab ich so im Kopf gedacht, das kann ja nicht sein. Und dann... Sicker-Effekt. So, wir sind in... Venedig. Und da kommen wir jetzt an... Oder sind wir wieder? Nutzung von Aussichtspunkten. Nützliche Informationen durch den Besuch. Denn fragen wir doch mal eben... hier... Messer da Vinci. Ja? Vengiano. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? An einer Stadtführung durch Venedig mit... Alvise teilnehmen? Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Kanale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Ah, der hat einen ganz schönen zügigen Schritt drauf hier. Ah, dann kann er hier nicht mal springen. Ach, ist das die Werkstatt? Schau! Ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich... Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey! Pass doch auf, verdammt! Was die Szene jetzt zu sagen hat. Aber man hat es auch gehört, was da passiert ist. Und hier haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange wieder Gutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das? Habt ihr euch ausgedacht? Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon! Nein! Halt! Ja, das Gesetz. So, ähm... Wo will er... Ach ja, wir wollen ja eigentlich zu der Werkstatt von Leonardo. Und hier ist er. Leonardos Werkstatt in Venedig. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf. Es ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg. Und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodex-Seiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht hier immer offen. Grazie, mein Freund. Die Nulla. Ach, ihr habt die falsche Tasse gedrückt. Das war blöd gelaufen. Sonst hätten wir ihn gedrückt. Na. Tja. Selbstschutt. So. Jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt gekommen, um mal ein kleines Päuschen einzulegen. Ich fand diesen tollen Ort, den du entdecken kannst. Dort kannst du üben. Santa Maria dei Frari. Ist auf der Karte markiert. Wo ist der Ort denn? Oh. Los, den holen wir uns jetzt. Schnell. Da ist er. Schnell. Da ist er. Nochmal zum Abschluss. So. Und jetzt mit einem Blick auf eine Kirche in Venedig. Möchte ich mich verabschieden. Wir sehen uns dann nächstes Mal zurück. Bis dahin und ciao.